Lösen plus versus... was versus? FC Eisenschild. Was war das denn jetzt? Versies versus FC Eisenschild. Okay, was haben wir denn hier? Presariba, Dumm, Armstrong, mhm. Aha, aha, okay. Irgendwelche random Charaktere. Naja, gut. Warum denn nicht? Miximorph. Okay. Da gehe ich auf Test-Cut. Badabum! Wird jetzt blond. Okay. Von mir aus. Soll mir egal sein. So, wir machen System-Absturz. Er kriegt direkt am Anfang. So, jetzt gucken wir mal. Gehen wir links lang. Hat nicht ganz geklappt. Vielleicht. Vielleicht jetzt. Ne, was machst du? Nebelschleier. Nö, tust du nicht mehr. Okay, Kampfgeist. Perfekt. Dann gehe ich auf Maestro. Garguganta. Gut, gar Dingsbums. Okay. Soll mir recht sein. So. Hyperharmonie gegen Gigantensange. Wer wird gewinnen? Ich darf nicht mehr als 800 haben. Hat's auch nicht. Sie macht hier gar nichts. Tja. Da haben wir das erste Tor. Unser ersten Punkt. Muss das jetzt sein? Natürlich. Natürlich muss das sein. Was glaubst du denn, was ich hier mache? Bingenpieps mit anfassen oder wie? Kaffeekränzchen hier. Ich will hier die Tore haben. Ja. Ich will die Tore haben. So. Einmal. Sturmball. Noch keinen Level ab. Ist aber nicht so schlimm. Ja, da kommt Gamma durch. Da kommt Gamma durch. Da kommt Gamma durch. Ich probier's jetzt einfach mal mit Gamma Strike. Wär ja krass, wenn ich hier so ein Mega-Quid-Krike kriege. Komm schon. 800. Das wäre echt krass. Oh. Aber das war knapp. Das war aber trotzdem knapp. Was nehme ich denn hier? Was nehme ich denn jetzt? Was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Lanzelot. Doch, Lanzelot. So. Einmal Hanto. Nix immer auf Hanto. Äh. Ich setze mich jetzt einfach mal durch. Egal. Egal was du machst. Er hat auch Nebelschleier. So. So. Sie müsste jetzt reinvollräglich in die Rüstung reingehen. So. Glücksschwinger. Und. Ah. 500. In Mixima-Form. Ist sehr. Sehr. Wenig. Sie geht tatsächlich in Rüstungsform. Top-Skin-Haken sollte reichen. Sollte reichen. Aber ist nicht so schlimm. Ich mach mal hier nix. Welle. Ist das ein Freund? Kann das sein? Weil er nämlich genauso scheiße aussieht. Ich hol mal den Torehüter raus. Was hast du denn? Quing-Long. Quing-Long. Wir haben den Bruder Giganta. Also nicht von Quing-Long der Bruder. Sondern von diesen anderen Vieh da hinten. Der Gagagugagege ... Boah, ich kann den nicht ersprechen. Ich hätte ein Crit. Ich hätte ein Crit. So. Normaler Schuss. Mach ich trotzdem die gigantische Zange. Das sollte ja ausreichen. Yep. Das haben wir. So, dann glaube ich, hol die zwei den Lanzalot heraus. Da haben wir ihn. Lanzalot, komm her raus. Der Elf, was ist denn hier los? So, Avalon-Attacke. Ich hatte gehofft, du haust ein bisschen mehr Schaden raus. Na ja, gucken wir mal. Top 10. Nee, Viperbiss. Oh mein Gott. Aber er hält nicht. Viperbiss hast du. Interessant. Sie ist giftig wie eine Viper. Okay, was haben wir jetzt? Zwei Tore, ne? Wo ist er das jetzt? Natürlich, immer noch. Ja, okay, wir haben zwei Tore, ne? Das sollten wir schleunigst ändern. Wollen wir ihn jetzt hier nicht vorbeilassen. Naja. Ich hab's versucht. Ich hab's versucht. Ach, come on! Okay, Presalie ist nicht dabei. Das ist ja gut. So, Pheasant Fetscher. Sollte ausreichen. Ja, guck. Das tut weh. Das tut weh. Was soll das denn hier? Lass mich hier vorbei. Dankeschön. So, Kampfgeist. Ich hab keinen mehr frei. Ah, der Kapitän holt... ...Kchwang-Wu. Ist mir aber egal. So, kein Abseits. Die blonde Dame kommt auf mich zu. Dann kriegst du hier eine Avalon-Attacke. In your face. Dann nochmal Viper-Biss. Okay. Wow. Crit. Crit. Komm, ich mach mal ein Gegengeistangriff. Ich will überlegen, ob ich in Rüstung gehe. Hab man vielleicht gehört. Ich werd doch lieber in der Rüstung gegangen. Scheiße. Kampfgeist verloren. Ich werd doch lieber in der Rüstung gegangen. War ne Fehlentscheidung. Naja, aber das weiß man ja nie. Ich hätte vielleicht gewinnen können. Und vielleicht nur ein bisschen verlieren können. Aber dass er mir so kaputt haut. Nur weil du mehr Muskeln hast. So. Mikro-Lux-Minen. Okay. Kraft des Ostens. Frostwelle. Okay. Gut. Nächste Halbzeit kann ich loslegen, hab ich gehört. Drei Tore fehlen mir noch. Der Drops ist noch nicht gelutscht. Oh ja. Das stimmt. Das stimmt. So. Wir machen einmal... Exodus. Exodus. Oh, wir holen uns direkt den Ball. Sehr gut. Äh. Was machst du? Hast du Abwehr? Geisterangriff? Alter, was machen die mit meinen Kampfgeistern? Ernsthaft? Der eine zerstört mich. Der eine macht mich schon halb wieder kaputt. What the hell? Naja, diesmal muss ich in den Rüstung gehen. Das geht jetzt nicht anders. Guck ich da vorbei? Ne, nicht wirklich. So. Trümmersturm hier. Ist der Trümmer hier? Alles! Der macht meine ganzen Kampfgeister kaputt. Dann leveln wir mal schwarze Asche. Habe ich gehört. Okay. 852 ist auch nicht wirklich groß. Äh. Nicht groß. 94. Aber das reicht zumindest hier jetzt raus. Gegen den Weiberbiss. Okay. Haben wir das Tor? Nein. Muss dann das sein? Ja. Der ist drin. Okay. Gucken wir mal, ob wir noch das nächste Tor kriegen. Ah. Wird ein bisschen schwer, ne? Das könnte vielleicht knapp ausreichen, wenn ich Glück habe. Kampfgeist. Ich habe noch keinen frei. Oh. Bessari. Raiden? What the hell is Raiden? What the hell is that? Okay. Ein Kampfgeist, was ich noch nie gesehen habe. Sieht halt von der Statur aus wie, ähm, Sang-Woo. Das könnte auch das gleiche Design sein. Hm. Vielleicht, wenn ich den Raiden irgendwo herkriege. Ja, das wäre doch ziemlich nice. Weil dann könnte ich das, ähm... Das sieht auch aus wie ein Erz. Äh, Erdgedöns. Ja, es war ein Erdgedöns, weil... Das war jetzt kein... Äh... Äh... Dieses, äh, Ringel... Ringelgedöns. Ne, es war ein Erd. Ähm... Ja, das wäre hier für unseren... Kakao was. Dann hat er gesagt, wo und Raiden. Aber ich habe keine Ahnung, wo man den herbekommt. Leider. Also, ein Tor fehlt mir noch. Gucken wir mal. Schauen wir es vielleicht noch mit... Tescat. Das brauche ich vielleicht gar nicht abspielen. Die Mixi-Morph-Form. Da haben wir noch eine frei. Genau, hier. Das Sumner natürlich Raiden kriegt. Der hat ja noch nichts. Ja, ich glaube, das wäre eine gute Idee. Das ist vielleicht der Vater von ihm. Okay, mit was bist du Mixi-Mir? Das ist Mixi-Max. So, Kakao wird jetzt um Kakao. So, wenn ich mich nicht ganz irre, müsste er rein, würde ich jetzt... Hector, auch Hector-Panzer haben. Ja, okay, es ist Hector-Panzer. Ja, okay, das ist das gleiche Modell quasi. Nur halt ein bisschen anders. Gibt ja jetzt verschiedene... Ist ja gar nicht so verkehrt. Da habe ich nichts gegen. Kann ich gut für unseren Kakao benutzen. Ne, ich mache ja nichts. Ach, come on. Ich wollte Hector-Panzer auch mal benutzen hier. Warum bist du denn hier? Geh mal hier. Ja. So. So. Warum läufst du zurück? Bleib doch da vorne stehen. Bleib doch da vorne stehen. Ach, das war ein Mixi-Morph. Ach so. Okay, jetzt hole ich mich hin. Haha. Was bist du denn? Okay. Hier kommen echt kuriose... kuriose Viecher. Kuriose Viecher, auch gut. Äh, so. Avalon-Attack. Holen wir uns das 5 zu 0. Äh, noch spiel ich, ne? Noch spiel ich. Mit den... ...Undmannschaften. Aber irgendwann... ...kommen die 990 und dann... ...habe ich... ...extreme Probleme. Naja. Noch koste ich das aus und dann rage ich. Mal gucken, wie lange ich brauche für das LP-Kokelet. Und wie gut ich an den 990er vorbeikomme. Aber dafür misse ich natürlich hier ein bisschen... ...noch Leveln auf Screen. Das werde ich auf jeden Fall tun. Weil das schaffe ich hier in den ganzen Touren-Parts nicht. Also, das... ...müsste auch jeder selber sehen. Äh, 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 geh nur drauf. Bissarri drin? Nein. So, Ektor-Panzer. Ich kann das nämlich auch. Zack. Und weg ist er. Das war wieder ein Schuss, Edithoffen. So. Dann... ...einer das. ...Dämonen-Pfeiler. Obwohl, wir werden sich eigentlich verlerben, ne? So. Top-Skin-Hakel. Es tut mir leid. Das hältst du nicht. Nein. Die nächste halbe, die wir jetzt mal ab. Yeah, 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 yeah. So. Wir haben 20. Die Zeit ist leider noch nicht ganz vorbei. Schade. Schade, schade, ja. Vielleicht kriege ich noch ein paar Tore. Mal schauen. Wir machen erstmal Doppelfalle hier. Ich bin froh, dass hier recht wenig faul sind, ne? Pass auf, jetzt ist faulig. Ah, okay. Das wäre es jetzt gewesen. Ich sag irgendwas. Oh, verdammt. Komm ich da irgendwie weg von ihm? So, Ektor-Panzer kommt bestimmt, ne? Was mal Grätsche. Ektor-Panzer. Oh. Schade. Huiiii. Da fliegt er. Da fliegt er. So, Offensivstreich. Was? Vektor-Sprint. Um einen Punkt. Ernsthaft? Einen Punkt hat er gefehlt. Mit einem Punkt hat er mich tatsächlich geschlagen. Ah ja, Sachen gibt's, ne? Sachen gibt's. Ach komm! Lass mich doch laufen noch. Shit. Hat nicht ganz funktioniert. So, Duo-Donner-Kai. Das könnte auch mehr Power haben. Letzt ehrlich. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Torak, kommt mir an! So, 7-0. Zeit kann jetzt gerne auch mal wieder ablaufen. Manchmal ist es schon echt nervig, wenn die Zeit einmal so schnell ist und einmal so langsam ist. Das hier fragt er als Swinger. Luftikus. Aha. Interessant. So, machen wir hier mal Sturm-Ball, was nicht geholfen hat. Leider. So, wir machen hier mal Nebelschleuer. Warum nicht? Warum denn nicht? Ah, da guckst du, ne? Wo ist der Nebel auf einmal her? Und nochmal ein Flugfisch-Finale hinein. Vielleicht passiert noch irgendwas. Keiner. Okay, da wird auf jeden Fall noch geblockt. Das reicht, glaube ich, auch safe. Was? Das reicht nicht aus? Was ist los bei dir? Bei 7-5-4. Wollte ich sagen. Wenn du das nicht hältst, dann weiß ich überhaupt nicht. So, jetzt aber. Spiel beendet. Hervorragend. Gewonnen! Sehr gut. So, kriege ich vielleicht ne Kampfgeistmünze? Fast jede Mannschaft gibt so hier mittlerweile ne Münze. Bitte. Ne, leider nicht. Ah, da haben wir noch den Turm. Willkommen, ein Armband und halt ein Stärkungsschluck Ultra. Ah, Münze wäre mir jetzt lieber gewesen. Ah, vielleicht kriege ich die auf Screen. Mal schauen. Gut. Dann machen wir noch die letzten beiden Mannschaften. Die fehlen noch natürlich hier. Und, äh, ja. Und dann gehen wir zur nächsten Tour. 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 Vielen Dank.